Wenn du ein IT-Dienstleister, Experte, Berater bist oder Softwareentwickler und einen Mangel an Zufluss von Neukunden hast, beziehungsweise generell Geschäft, Neukundengeschäft oder mehr Bestandskundengeschäft, aber insbesondere Neukundengeschäft, dann hör jetzt ganz genau zu. Diese Regel gilt letztendlich für die Neukundengewinnung und aus über 10.000 Gesprächen in den letzten 10 Jahren kann ich dir eines sagen. Grundsätzlich hast du genau, und das unterschätzen viele, nicht länger wie 3 Sekunden Zeit, egal wo du diese Neukundenerquise startest, ob am Telefon oder per Video oder was auch immer. Du hast genau 3 Sekunden Zeit, um zu überzeugen, dass der Interessent die nächsten 30 Sekunden von dir konsumiert. In den 30 Sekunden hast du Zeit für die nächsten 3 Minuten und innerhalb der nächsten 3 Minuten hast du Zeit für die nächsten 30 Minuten, sei es jetzt im Teams-Call, Kennenlerngespräch, whatever.